Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wollen wir mal gucken, ob wir neue Waffen haben, oh ja, wir haben sogar neue Waffen Und wir haben eine neue Modifikation, Schock, ja okay, wollen wir mal gucken, Jäger Minenwerfer, oh ja, der ist sehr, sehr gut Ich denke mal, den werde ich mir auch gleich mal kaufen So, haben wir noch ein bisschen Geld für, ah, die Modifikation mag ich nicht so gern Wir werden uns nachher, wenn wir wieder 30.000 haben, werden wir hier Schockmodifikation kaufen Aber erstmal sollte das so reichen, achso, ich will die Waffe noch schnell mal ausrüsten Mit unserem, ähm, mit unserer Säuremodifikation So, dann kann das jetzt auch schon losgehen So, jetzt haben wir schon etwas härtere Gegner hier So, mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen Okay, da müssen wir hin Äh, die, die, die So, da warten schon die nächsten Gegner auf uns Ah, okay Drei Schuss brauchen wir für ein Komm, nochmal Okay Okay, ich brauche eigentlich nur zwei Merke ich gerade Weil ich habe ja die Säuremodifikation noch drin So, dann aktivieren wir einmal Ich habe auch noch so einen Megaangriff Der lädt sich also auf Oh, ha Ja, okay Unsere neue Waffe, unser Jäger Minenwerfer hat schon Level 2 erreicht Das ging jetzt mal richtig fix Wie gesagt, wir haben diese Spezialattacke noch Wenn dieser Rute Balken voll ist Unten links da Wo das Steuerkreuz angezeigt wird Wenn da in der Mitte das Viereck, das Ja, das Viereck Voll ist, dann Ähm, können wir noch so eine Spezialattacke ausführen Mache ich eigentlich fast nie, aber Ja, das gibt es halt Kann man machen So, ich will die jetzt auch erstmal ein bisschen weiterentwickeln noch Und zu dem Zweck benutze ich die jetzt einfach noch Ein bisschen länger Ich werde dann gleich auch wieder wechseln Weil wir werden auf jeden Fall wieder wie immer Ähm Versuchen das ein bisschen gleichmäßig weiterzuentwickeln Aber jetzt Ist die Munition gerade mal ein bisschen leer Jetzt bin ich ja gezwungen, was anderes zu nehmen Aber Das war es auch schon Wie gesagt, die Missionen sind immer recht kurz 49 Gegner haben wir getötet Ja Das kam mir jetzt nicht so viel vor, aber Super So, jetzt sollen wir also den Puma finden So, jetzt haben wir genug für unsere Schock-Munifikation Die kaufen wir uns jetzt mal Ja, wir wollen das gleich einbauen Ähm Genau Und hier möchte ich das auch nochmal einbauen Und in die möchte ich das bitte auch nochmal einbauen Gut Schön Dann Mh Dann haben wir jetzt hier wieder Munition Eibei So Schauen wir mal Jetzt muss ich den wieder erstmal angreifen hier Damit sein Schutzschild weg ist Dann kann ich hier ein bisschen Na, ist er noch nicht Ah Dann nehme ich mal hier ein paar mehr Müsste ich auch gleich schon Level 3 haben Wie ich das sehe So Komm nochmal Ja, und jetzt habe ich wieder keine Munition mehr Also Munition könnte mehr sein bei der Waffe So Komm Gut So, wieder neues Nanotech-Level Erreicht Oh, ja Und jetzt hat die Doppelweiber auch Level 3 erreicht Gut So Haben wir das hier alles jetzt abgeschlossen Jetzt können wir weiter gehen Oh Ähm Zwei Stück haben wir wieder Ich denke mal, wir brauchen Okay Oder wir brauchen überhaupt keinen Gut Ach, hier nehme ich jetzt einfach mal meine Schockpistole Äh, Magma-Kanone meine ich Für mich ist das immer noch eine Schockpistole So Weg ist er Dann haben wir die Mission auch gleich hier abgeschlossen Wir sind nämlich gleich beim Puma So Ein bisschen Munition noch Ähm So Jetzt müssen wir uns einmal hier rüber schwingen Mit dem Schwunghaken So Einmal angreifen Na, bitte Bitte einmal angreifen Danke So Oh Okay Jetzt hat Der Jäger-Minenwerfer auch schon Stufe 3 erreicht So Wir haben jetzt also mehr Munition Zwei Schuss mehr haben wir jetzt So Machen wir die beiden da noch weg Die kleinen Ja Oh So Hier auch weg Okay Wenn ich die noch schnell mal Und dann Müsste es das jetzt auch gewesen sein Ja Wunderbar So Die nächste Mission wird ein bisschen länger Aber Ich glaube das sieht man gleich Was man machen muss Um die Höhle des Libyathans zu erreichen Muss das Darkstar Team Drei Hauptknotenpunkte einnehmen So Jetzt muss ich also Nochmal aussteigen Jetzt will ich nochmal aussteigen Wir werden sowieso vieles außerhalb Okay Wir werden sowieso vieles außerhalb Des Pumas hier machen Weil das einfach Der Puma Der ist recht merkwürdig zu steuern Meine Meinung Na Ich komme mit dem nicht so gut klar Wir werden ihn eigentlich nur benutzen Um von Um A nach Punkt B zu kommen Also Um dahin zu kommen wo wir hin müssen Dann werde ich ihn nämlich Hier einem abstellen Dann werde ich Er ist selber hier Werde mich hier selber durchkämpfen So Hier schon Ja und die Kamera Spinnt ein bisschen rum gerade Das kommt davon Weil ich seitlich laufen wollte Dadurch Weil hier die Wand ist Wollte die Kamera nicht so ganz So 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 Ah ja So Euch beiden noch Ja okay Der fliegt jetzt irgendwie weiter Braucht nochmal ein bisschen Kraft Gut Deswegen sind wir wieder Mit Gesundheit wieder aufgepumpt Und dann Aufgepumpt Ja Auch nicht schlecht So wo müssen wir jetzt eigentlich hin Ja du haust hier mal ganz schnell ab Ich will Ich fahre die einfach mit dem Haufen Geht gar nicht so leicht Wäre auch zu Schön gewesen Wenn das So leicht funktioniert hätte Aber wir Ignorieren die hier jetzt Einfach mal Gekonnt Nein Und nicht runterstürzen Danke So Jetzt wollen wir mal gucken Steigen wir hier mal aus Muss ich mal gucken Was ich jetzt nehme Ich glaube ich nehme die jetzt mal So So Dicht will ich auch jetzt erstmal ein bisschen Schaffen Gut So Hier brauche ich glaube ich noch ein bisschen mehr Oh Okay Die schieben ja schon recht fertig zu sein Achso Der war das wahrscheinlich Okay Ah da kann ich hier Auf der Plattform kann ich meinen Puma wieder heilen Also wieder reparieren sozusagen Da werde ich jetzt ganz schnell mal Hinfahren Das kann ich gut gebrauchen Bevor Der hier nachher in die Brüche geht Wäre doch recht blöd So Wieder ganz Und jetzt müssen wir da rüber Die beiden machen noch schnell mal platt Oder auch nicht Ja Komm Brauche ich eigentlich nicht So Ähm Dann nehmen wir den wieder So Hauen wir hier mal ordentlich was rein Hier Okay Der Weg zum Ziel ist offen Und Munition habe ich jetzt auch nicht mehr Das ist alles kein Problem Komm Ja okay Gut Das war's mit ihm Jetzt sammle ich schnell die Bolts hier noch schnell mal ein Dann hole ich schnell mal ein Puma ab Und dann geht das weiter Ja okay Ja okay Du stehst da auch recht unbeteiligt rum Was Ja dann Gut Schön Jetzt müssen wir Ins Ziel Ich kann eigentlich hier drauf stehen bleiben Und dann Kann ich Ein bisschen Aua Zieht mir ja doch eine Menge ab Naja gut Leide ich mich erstmal wieder auf hier Okay Ja dann fahre ich jetzt einfach mal weiter Ähm Ich muss gerade mal gucken Wo ich überhaupt lang muss Ich bezweifle dass ich hier richtig bin Aber Ich fahre ihn einfach mal voll über den Haufen hier Ähm Da fahre ich noch rüber Ich könnte auch auf die Karte gucken Aber Habe ich jetzt keinen Punkt zu So aber Ich müsste hier ungefähr richtig sein Hier Bin ich verkehrt Hier fahre ich nämlich wieder ganz nach vorne Okay dann weiß ich wo das lang geht Muss hier Hier rüber So Komm Kaputt Gehe kaputt Okay Hier muss ich nämlich hoch Jetzt mit Vollgas hier Und geschafft würde ich sagen Wunderbar Okay das hat jetzt ein bisschen länger gedauert 89 Gegner immerhin So Wunderbar